Hallo Freunde, ich bin Ron, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ciccic rum. Wir sind stehen geblieben auf Tarantium, da müssen wir jetzt hin. Starten wir mal das. So Freunde, wir müssen eine Stadt gründen und Freunde, es tut mir leid, aber ich spiel mal auf live, weil ich will so schnell wie möglich und gut, diesen Let's Play durchzuziehen. Deswegen erst mal auf live, wenn es zu live wird, machen wir dann auch Mittel. Wo sollen wir unsere Stadtmitte machen? Mal gucken, wir machen unsere Stadtmitte hier hin. Okay, warte mal. Stadtkant, ha. Wir machen es hier hin. So. Mist, ich habe es anders umgebaut, aber egal. Jetzt erst mal, ähm, Straßen ziehen. Dann hier, so, unser Lager erst mal. Und, äh, ja, für unser Essen. Schlager, also. So, ähm. Ja, äh, ja. Was jetzt? Jetzt bauen wir schon mal. Jetzt bauen wir rein. Holz, Holz, ja. Holz brauchen wir mehr. In jedem Fall. Äh, und wir bauen es hier. Hier. Und hier. So, drei Holz haben wir. Äh, Holzfäller. So, und, gestalten. Äh, ja. So, und gestalten. Ich möchte hier schön in die Straßen platzieren, aber man sieht hier kaum was, weil die Kamera sieht. So, natürlich brauchen wir einen Startviertel, also ein Startviertel, wir platzieren, also die Häuser, Dashmine, so, jetzt, wir kriegen die Häuser, ja, ja, ich baue es schon, die Häuser, keine Angst, so, dann gehen wir demostraten, so, hier sind wir natürlichen Straßen, wir haben mehr noch von Du sagst und so. Wie entwickeln wir jetzt unsere Verse? So, da ich das nicht rauskomme. Schade, also können wir doch nicht dort in so ein Haus bauen, Schade, also hier ist und dann schade ich das, wasserbrunnen, 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 wasserbrunnen. So, dann wasch dich mein Holz haben wir, wir haben aber kein Essen, Freunde, und das müssen machen wir haben, oder? war zu bauen sie dann kann man das auf sie eins So, Oh, da wurde ein Schaft gekillt. Oh, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst... ...so natürlich muss ich ein... Produktionszertifizieren machen und zwar erstmal Fleisch, so, jetzt produziert man ein, sieht es aus, Frieden 1 und so, oh, nicht 2 Löhne, die können wir auch nennen, für eine Baratschule mal hier hin, na, und da, als wäre, Arbeitstag, machen wir nicht, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, so, gleicherei, wie wir arbeiten, ja, wir holen gerade, oder dann hier, was brauchen wir noch, also zur Zeit brauchen wir nichts mehr, ja, da heißt, dieser Schippe ist aufgestiegen, das braucht jetzt nur noch Fleisch, einer von den ist jetzt total happy, der zweite Schippe ist aufgestiegen, so, schon kratzt lassen, ja, wir werden sehen, dass wir uns später war, So, dann kann ich das gleich hier machen, so dass wir entscheiden, was die Bela gekriegt hat. So, da ist, ja, das ist gleich, so, er braucht jetzt was zum Anziehen, ich werde ihn auf Gönnen, okay, was zum Anziehen, Oliven und Wein, das hier. Oliven und Wein wird hier dann produziert, es wäre hier dann was zum Anziehen, wäre eigentlich gar nicht mehr so übel, aber wir hätten dann die Straßen zu weit ziehen sollen. Wir machen dann so, hier, hier noch eins, wo, dritter passt leider nicht, aber ich glaube, auch zwei Kontenern sollten uns reichen, zumindest fürs Anfang sollte es reichen. So, und natürlich werden wir uns, das hier gleich anbauen. Hier, Reife Häuser sind schon auch gesprungen. jawohl Dann sind wir im Plus, 2-1, Arbeitszeiten machen wir auch so, aber Rationen, dann haben wir jetzt 2, plus 5 Geld kriegen wir. Juhu, die Zufriedenheit haben wir gestiegen und ja Freunde, hiermit beende ich diese Folgen und in der nächsten Folgen sehen wir uns, wenn es heißt, oh, wenn es heißt, wieder einmal, ja. Wenn wir, so zu sagen, die Stadt weiter bauen, in Cif-City-Rom, vielen Dank zu schauen, zum nächsten Mal, tschüss.